Von den Sternen, von Katja Rocker, gelesen von Tina Wolf, eine Produktion für policy.de Verdammt, wo war bloß der Instant-Kaffee? Devin zuckte zusammen. Die Wandlung kündigte sich durch heftige Schmerzwellen an. Bald wäre es soweit. Wo war der Kaffee? Der musste doch hier sein. Er stand auf den Zehenspitzen, wühlte in den Tiefen der Hängeschränke und tastete blind in ihnen umher. Die Finger schlossen sich um das Glas mit Instant-Kaffee, die Notration. Devin atmete erleichtert auf. Bald würde köstlicher Kaffee-Duft die kleine Küche in der verschachteten Dachgeschosswohnung erfüllen. Das Wasser im Wasserkocher begann sprudelnd zu kochen. Eine neue Schmerzwelle brandete auf. Mit zittrigen Händen landete Kaffeepulver und Zucker in der Tasse, schnell ein Schuss Wasser dazu. Die Mikrowelle pinkte, das Glas mit Milch war warm. Devin goss die Milch in die Tasse und rührte um. Der erste Schluck des gruseligen Kaffeemixes ließ den Schmerz langsam abklingen. Instant-Kaffee war nur so halbwegs genießbar. Devin nahm seine Tasse und legte sich auf die gemütliche Couch. Neben dem Bett das teuerste Möbelstück, das sich in der Wohnung befand. Aber definitiv jeden Cent wert. Er nahm einen weiteren Schluck. Es begann. Wie jedes Mal an den Füßen. Die Haut wählte sich, so als ob winzige Würmer unter der Haut umherkriechen würden. Die Zehen wurden etwas kürzer und schmaler. Die Schuhgröße änderte sich um zwei Nummern. Die Wellen unter der Haut wanderten weiter nach oben. Die Beine blieben fast so, wie sie waren, nur die Oberschenkel rundeten sich. Devin verzog jetzt das Gesicht. Dieser Teil der Wandlung war immer am unangenehmsten. Er atmete tief ein und versuchte, sich zu entspannen. Der Unterleib verformte sich und sog die außenliegenden Teile ein. Devin spürte die innere Veränderung sehr intensiv. Das war der Teil der Umformung, der am schmerzhaftesten war. Aber der Kaffee wirkte. Unwohlsein und Schmerzen hielten sich in Grenzen. Jetzt war der Oberkörper dran. Die Haut wölbte sich an zwei Stellen. Dev stockte der Atem. Die Wandlung im Gesicht kitzelte mehr, als dass sie wehtat. Die Bartstoppeln verschwanden. Das Kinn wurde schmaler, die Wangenknochen etwas höher. Es war geschafft. Bis zum nächsten Zyklus. Dev trank den Kaffee mit einem Seufzen aus. Er legte sich bequem hin und fiel augenblicklich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Der Blick in den Spiegel war im Grunde genommen nur notwendig, um nachzusehen, ob alles an der richtigen Stelle war. Es war schon vorgekommen, dass sich ein Auge verschoben hatte oder eine Braue etwas schief saß. Und dann hatte Devon Devra ein wenig zu tun, um die Veränderung mit Make-up auszugleichen. Der Nachteil, wenn man einer intelligenten außerirdischen Lebensform angehörte, die ihr Geschlecht einmal im Monat auf diesem seltsamen Planeten wechseln musste. Auf Proximal Centauri wandelten sie sich nur einmal im Jahr. Es hatte Dev sehr überrascht, dass die Wandlung hier allmonatlich stattfand. Auch ein Grund, diesen Planeten und seine Bewohner näher zu erforschen. Diesen Monat war sie also wieder Devra. Nicht zu groß, nicht zu klein, eher schlank, mit heller Haut, halt so wie die meisten der Menschen hier in der Gegend aussahen. In dieser Form mochte sie es, wenn ihre blauen Augen ein wenig betont waren, also zog sie geübt einen Lidstrich und tuschte die Wimpern. Ihr war noch nicht ganz klar, woran es genau lag, aber wenn sie sich schminkte, stieg die Höhe des Trinkgeldes, das sie im Café bekam. Nun ja, dafür hatte sie sich auf diese Mission ohne Wiederkehr schließlich gemeldet, um zu lernen, um sich anzupassen und um zu erkunden. Sie schminkte sich fertig und schlüpfte dann in ihre Klamotten. Sie musste sich ein wenig beeilen, um nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. Hallo Devra, alles klar, du siehst müde aus. Madeleine Krösinger, die junge Chefin des Cafés Krösis, sah sie besorgt an. Devra lächelte. Nein, Maddy, es ist alles okay, ich hatte nur eine kurze Nacht, Devin ist spät nach Hause gekommen. Ich bewundere euch zwei, wie ihr das schafft, eure Mutter rund um die Uhr pflegen und dann immer die Strecke, die ihr fahren müsst. Devra krümmte sich innerlich, sie war diese Lügen so leid. Deswegen ist es ja auch so großartig, dass Devin und ich uns den Job hier teilen können, das hilft uns sehr. Madeleine nickte. Ich unterstütze euch so gut ich kann. Ich bin mit dem Arrangement sehr zufrieden, solange ihr es auch seid. Einen Monat du, einen Monat er. Das ist für alle Seiten ideal. Maddy tippte auf die Kaffeekarte. Hast du vielleicht ein neues Rezept für mich? Devin erzählte mir, dass ihr wieder etwas gefunden habt. Devra nickte. Hast du Instant Kaffee da? Dann zeige ich dir die Zubereitung von Dolgona Kaffee. Während die beiden Fachsimpeln hinter der Theke verschwanden, packte eine junge Frau am Fensterplatz ihren Laptop ein. Sam seufzte. Mist, Devin war heute nicht gekommen. Und sie musste jetzt los, ihre Pause war fast vorüber. Sie war vor kurzem hergezogen und hatte beim Erkunden der Stadt vor ein paar Wochen dieses gemütliche Kaffee entdeckt. Seitdem kam sie täglich in ihrer Mittagspause und nach der Arbeit hierher, um sich durch die Kaffeekarte zu probieren, und um Menschen zu beobachten. Oder vielmehr, um Devin zu sehen, in denen sie sich Hals über Kopf verguckt hatte, weil er ihr immer zulächelte und nett zu ihr war. Sam rückte ihre Brille gerade, packte ihre Tasche und ging zur Theke, um ihren Latte zu bezahlen. Tisch sieben, ich hatte einen großen Latte Macchiato. Kommt Devin heute noch? Fragte sie hoffnungsvoll und legte das abgezählte Geld mit ein wenig zusätzlichem Trinkgeld auf die Theke. Madeleine antwortete ihr. Nein, tut mir leid. Für die nächsten Wochen übernimmt Devin seine Schicht. Sie deutete auf Devin, die ihr freundlich zulächelte und grüßend den Lappen hob, mit dem sie über die Tische putzte. Sam schaute zu Devra hinüber und schluckte. Sie merkte, wie sie errötete. Verdammt, Devra sah aus wie Devin. Oder zumindest ähnete sie ihm sehr. Sie senkte die Stimme. Entschuldigung, wenn ich so neugierig bin, aber ist sie die Schwester von Devin? Madeleine schmunzerte. Es liegt nahe, nicht wahr? Aber mehr darf ich nicht sagen. Datenschutz. Sam nickte. Sie sah abermals zu Devra hinüber, die emsig Staub wischte und verließ dann das Café. Puh, das war noch einmal gut gegangen. Devra hob den Kopf, als sie das Klimpern der Türglöckchen hörte. Sie sah, wie Sam das Café verließ. Ihre Pause war wohl zu Ende. Sie hatte verdrängt, dass sie Sam als Stammkundin nahezu jeden Tag sehen würde. Sam war höflich, zurückhaltend und gab immer ein kleines Trinkgeld, obwohl sie eher knapp bei Kasse war. Sie fand Sam aus irgendeinem Grund interessant. Nun denn, in den nächsten Tagen würde sie ihr die gleiche Geschichte erzählen müssen, wie all den anderen Menschen, die sie als Devra und Devin kannten. Dass sie sich einen Job teilten und ihre Mutter abwechselnd pflegen würden und dass dies der Grund sei, warum man sie nie zusammen sehe. Devra war mit dem Wischen der Tische fertig. Sie brauchte jetzt einen Kaffee oder irgendetwas Ähnliches, Hauptsache mit Koffein. Devra, schau mal, ich habe hier ein altes Schätzchen vom Flohmarkt ergattert. Grinsend hielt Maddy ein zerfleddertes, vergebtes Taschenbuch hoch. Da sind lauter altmodische Kaffeerezepte drin. Maddy blätterte und kicherte hin und wieder über die Abbildungen. Devra schaute ihr über die Schulter. Es war wieder Zeit für ihre Dosis Koffein, um die ständigen Schmerzen für ein paar Stunden abzuschalten. Haben wir Cognac da? Sie zeigte auf ein Honig-Kaffee-Punsch-Rezept. Maddy schmunzelte. Nein, dafür ist es noch nicht kalt genug und wir haben gerade mal Mittag. Nein, ich mache uns einen Kaffee mit Kakao und Zimt. Die beiden blätterten noch ein wenig im Buch und schrieben sich ein paar Rezepte heraus, um sie in den nächsten Tagen auszuprobieren. Im Laufe der Tage wurde es kühler und unbeständiger, der Herbst war da. Madeleine passte die Kaffeespezialität der Woche der Witterung an und genüsslich schnupperte Devra an dem hohen Glas. Das Aroma von Mandeln, Zimt und Schokolade stieg ihr in die Nase. Was ist das? Sie nahm einen Schluck und bekam einen kleinen Klecks Sahne an die Nase. Sie ließ den Schluck auf der Zunge und überlegte, hm, das ist normaler Espresso, Schokolade und Mandeln. Die Sahnehaube mit Zimt bestäubt, aber da ist noch was anderes. Madeleine grinste. Ich weiß, ziemlich oldschool, aber kennst du nicht, oder? Das ist ein Schuss Amaretto, ein Mandellikör. Devra spürte die entspannende Wirkung des Kaffees, der vom Alkohol verstärkt wurde. Mit dieser Mischung musste sie vorsichtig sein, sie schmeckte einfach zu gut. Zu viel davon würde ihr einen kurzen, aber heftigen Rausch bescheren. Ihr Metabolismus unterschied sich bei aller Ähnlichkeit doch in manchen Bereichen vom Menschlichen. Ah, schau mal, da kommt Samantha. Biete ihr doch einen an. Sie hat Feierabend. Da darf es doch mal ein Schlückchen sein. Devra schlenderte zu Sams bevorzugtem Tisch in der Nähe der Theke. Wie beinahe jeden Tag saß sie mit dem Rücken zur Wand, den Laptop auf dem Tisch vor sich und hatte den vollen Überblick über das Café. Hi Sam, was darf ich dir heute bringen? Mittlerweile waren sie genauso vertraut miteinander, wie Sam es mit Dev gewesen war. Sam lächelte sie an und klappte ihren Laptop auf. Sie schaute Devra wieder an und errötete. Es gibt eine neue Spezialität der Woche, oder? Was ist es denn? Devra grinste. Amaretto Latte. Aber mit richtigem Amaretto, nicht mit diesem Sirup-Zeugs. Du weißt ja, was Maddy von künstlichen Aromen hält. Oh ja, das klingt gut. Nach diesem Tag im Labor habe ich das wirklich nötig. Nach ein paar Schlucken röteten sich Sams Wangen erneut und vermittelt begann sie zu kichern. Devra unterbrach das Abtrocknen der Gläser und schaute sie von der Theke aus neugierig an. Du hast ja gute Laune. Habe ich zu viel Amaretto reingetan? Sam schüttelte den Kopf. Nein, ich stelle mir nur gerade vor, wie dein Bruder schauen würde, wenn ich mit meinem neuen Star-Trek-Kostüm hier aufkreuzen würde. Was ist denn Star-Trek? Devra räumte weiter Geschirr ein. Du kennst Star-Trek nicht? Captain Kirk, die Enterprise, Bock? Sam sah Devra fassungslos an, die sie gleichsam erstaunt anblickte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Sam lachte. Auf welchem Planeten hast du die letzten Jahre verbracht? Proxima Centauri, antwortete Devra trocken, was bei Sam nur zu einem erneuten Kichern führte. Guter Konter. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir neue Silikonteile bestellt und mit denen gehe ich vielleicht als Bajoranerin zur nächsten Science-Fiction-Convention oder ich gehe als Vulkanierin. Devra wurde hellhörig. Was war das? Science-Fiction? Science war das Wort für Wissenschaft. Das war ihr bekannt. Aber Science-Fiction? Das war in den Daten, die sie vor ihrer Ankunft studiert hatte, nicht vorgekommen. Mit einem Blick vergewisserte sich Devra, dass keine weiteren Kunden da waren und setzte sich zu Sam. Erzähl mir mehr davon. In der nächsten Stunde war Sam in ihrem Element. Sie schilderte Devra in groben Zügen das Star-Trek-Universum und welche Völker und Charaktere sie besonders mochte. Das alles hört sich wirklich faszinierend an. Devra lächelte Sam an. Aber ich wusste gar nicht, dass die Technik von Terra schon so weit ist. Man hört hier ja gar nichts in den Nachrichten davon. Sam schaute Devra perplex an, kicherte und lachte dann schallend. Der war gut. Du hast mich fast gehabt. Das wäre der Oberknaller, wenn es die Technik von Star Trek wirklich geben würde. Das Beamen, das Holodeck und erst die Replikatoren. Stell dir das doch mal vor. Nur ein Knopfdruck und schon hättest du alles an Essen oder Getränken, was du dir vorstellen kannst. Oh Mann, das wäre so toll. Sam trank ihren zweiten Amaretto-Latte leer. Aber leider ist das alles nur reine Fantasie. Aha, das war es. Star Trek war eine Erfindung. Zumindest für die Terraner. Kein Wunder, dass sie in den Nachrichten noch nie etwas davon gesehen oder gehört hatte. Dev beschränkte sich auf Nachrichtenkanäle, wenn sie den Fernseher einschaltete. Würdest du mich mal mitnehmen auf so eine Veranstaltung? Wie nennst du das? Con? Das klingt alles so toll. Es wäre wirklich interessant zu erfahren, wie sich die Menschen fortschrittliche Technik vorstellten und vor allem, wie Außerirdische in ihren Augen aussehen könnten. Sam sah sie mit großen Augen an. Echt? Du möchtest mit? Sie stockte kurz. Ihre Wangen röteten sich erneut. Dann lächelte sie schwach. Das wird nicht ganz billig. Der Eintritt und dann der ganze Merchkram und die Autogramme. Das geht ganz schön ins Geld und du brauchst unbedingt ein gutes Kostüm. Dev nickte. Okay, das wird schon gehen. Kannst du mir was besorgen? Machst du Witze? Aber natürlich mache ich das. Das wird ein Spaß. In den nächsten Tagen war Sam bei den täglichen Besuchen im Café wie ausgewechselt. Sie war in ihrem Element und schien eine Expertin für außerirdische Lebensformen und deren Kostüme zu sein. Eine Borg sieht schon cool aus, aber dafür brauchst du jede Menge Silikonteile, überlegte Sam. Was hältst du von einer Betazoidin? Da brauchst du neben einer Uniform nur Kontaktlinsen. Der Frau nickte. Das hört sich gut an, aber was ist denn mit diesen blau-häutigen da? Die sehen schon ziemlich hübsch aus, oder nicht? Sie tippte auf die Abbildung in einer der zahlreichen aufgeschlagenen Zeitschriften, die zusammen mit Sams Büchern beinahe den gesamten Tisch bedeckten. Ja, schon. Aber wenn du die Farbe den ganzen Tag im Gesicht und überall hast, färb die ziemlich auf deine Klamotten ab. Vor allem, wenn es warm ist und du schwitzt. Da muss da schon professionelle Theaterschminke sein, die hält besser. Und denk an unseren Kaffeeverbrauch. Farbe auf den Lippen wird bei uns nicht lange halten. Das ist das Stichwort. Ich brauche wieder meine Dosis. Möchtest du auch noch einen Espresso? Gerne. Und dann muss ich wieder zur Arbeit. Endlich war der Tag des großen Fantreffens da. Devra stand vor dem Spiegel in ihrer Wohnung und sah sich kritisch an. Das Kostüm saß nicht hauteng. Es war etwas zu groß, aber das war ihr ganz recht. Sie mochte es bequem. Sie sah auf die Uhr. Sam würde bald kommen und sie abholen. Was mache ich hier eigentlich? Murmelte sie halblaut. Es ist doch verrückt. Morgen wandle ich mich wieder. Und was ist dann? Wieder Lügen, wieder Geheimnisse. Seufzend nahm sie die schwarzen Kontaktlinsen aus der Packung und setzte sie behutsam ein. Jetzt war sie eine Betazoidin und bereit für ihre erste Fetcon. Der Tag verging wie im Flug. Devra war wie berauscht von all den Kostümen, in denen so viel Liebe und Hingabe steckte. Sie erkannte Bajoranerinnen, Romulaner, Ferengi und Klingonen und viele andere mehr. Vor allem die Cosplays mit Silikonteilen und aufwendige Make-up nötigten ihr ziemlichen Respekt ab. Und dann die Merch-Stände mit all den Büchern, Heften, Modellen und allerlei anderem Grimmskrams. Sie wusste gar nicht, wo sie hinschauen sollte. Sam war in ihrem Element. Sie wurde überall erkannt und begrüßt und Devra staunte. Die zurückhaltende Sam war komplett unter dem Kostüm verschwunden. Stattdessen stand eine beherrschte und kühle Vulkanierin vor ihr, die nicht aus der Rolle fiel. Sie stöberten gerade an einem Merch-Stand, als Devra ein heftiger Schmerz durchzuckte. Verdammt, das war zu früh. Die Wandlung wäre doch erst morgen. Hektisch sah sie sich um. Sam, wo ist der nächste Kaffee-Stand? Ich brauche unbedingt ein Kaffee. Vor dem Stand einer bekannten Kaffee-Firma befand sich zum Glück nur eine kurze Schlange, aber die Wartezeit erschien Devra endlos. Immer wieder durchzuckten sie Krämpfe, die sie nur mit Mühe vor Sam verbergen konnte. Du musst nicht extra mit mir anstehen. Geh doch ruhig zu deinen Bekannten. Nee, ist schon gut. Ich habe auch Lust auf einen Becher. Sam schaute Dev prüfend an. Geht's dir gut? Du siehst ziemlich fertig aus. Naja, liegt wohl an der Aufregung. Ist alles so neu und überwältigend hier. Damit gab sich Sam zufrieden. Endlich hatte Dev ihren Kaffee in der Hand und stürzte ihn hinunter. Die Hitze war ihr egal, die machte ihr nichts aus. Sam riss die Augen auf. Der war doch noch brühend heiß. Hast du den so nötig? Devra nickte nur, dass Koffein wirkte. Er sich eine weitere Schmerzwelle anbahnte, musste sie von hier weg. Du, ich nehme mir noch einen Kaffee mit und verziehe mich dann mal zum Auto. Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben. Sam zog eine Augenbraue hoch. Na, da ist Kaffee aber nicht das beste Mittel gegen. Ich komme mit, ich kann dich doch nicht alleine lassen. Nein, nein, bleib du hier. Du hast dich so gefreut, das will ich nicht verderben. Geh schon, husch. Dev sah Sam eindringlich an, die schließlich widerstrebend nickte. Du schickst mir eine Nachricht, wenn du nach Hause willst, okay? Sam sah sie besorgt an. Ja, alles klar, ich komme ja wieder. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann lege ich mich eine Weile auf die Rückbank. Sie schleppte sich mehr zum Wagen, als dass sie ging und schloss zitternd den alten Corsa auf. Seufzend legte sie sich auf die enge Rückbank. Sie zog schnell die Schuhe aus, ehe die Schmerzwellen wieder in kürzeren Abständen kamen. Wie immer begann die Wandlung an den Füßen und wanderte dann den Körper entlang nach oben. Sie stöhnte laut und nahm rasch einen Schluck Kaffee. Devra konzentrierte sich und biss die Zähne zusammen. Hoffentlich würde die Wandlung problemlos klappen. Sie schloss die Augen und überließ sich dem Schmerz. Wenn sie nicht dagegen ankämpfte und den Schmerz annahm, würde es nicht so schlimm werden. Hauptsache, sie hatte einen koffeinhaltigen Kaffee parat. Die Zehen streckten sich, die Füße wurden länger und ein wenig breiter. Kurz durchzuckte sie der Gedanke, dass sie keine passenden Schuhe dabei hatte. Zum Glück war wenigstens das Kostüm aus dehnbarem Material. Es dauerte wie immer nur ein paar Minuten, bis die Wandlung vollendet war. Devon lag schweißgebadet auf der Rückbank und leerte den Kaffeebecher. Er rollte sich herum, um ein kurzes Nickerchen zu halten. Dabei blickte er aus dem Auto. Das Letzte, was er sah, bevor er erschöpft einschlief, war Sam, die durch das Fenster schaute. Devon erwachte und lauschte auf die Geräusche außerhalb des Autos. Er schlug die Augen auf und sah zur Windschutzscheibe heraus. Die Sonne stand schon ziemlich niedrig. Es würde bald zu dämmern beginnen. Wie spät war es? Er setzte sich auf. Ich dachte, Devra sieht aus wie du, weil ihr Geschwister seid. Devon schrie auf und blickte sich um. Sam saß auf dem Pfarrersitz und schaute ihn ruhig an. Devon blieb stumm. Was sollte er auch sagen? Was bist du? Sam schien ganz und gar nicht beunruhigt zu sein. Du bist kein Mensch, aber was bist du dann? Devon schluckte. Ich bin froh, dass du nicht schreiend davonläufst. Er sah sie unsicher an. Du hast alles gesehen, oder? Sam nickte und schob sich die Brille auf der Nase gerade. Sag schon, was bist du? Ein Alien? Nach deiner Definition, ja. Ich bin ein Formwandler von Proxima Centauri. Sam sah ihn an, als wäre er ein Insekt unter ihrem Mikroskop. Und jetzt? Was willst du tun? Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, was du machst. Ich bin dir ausgeliefert. Du hast mein Geheimnis entdeckt. Sam schaute aus dem Auto heraus. Ihr Blick fiel auf einen Cosplayer, der in voller Klingonen-Ausrüstung vorbeistapfte. Devon blickte Sam an. Ich weiß, ich habe kein Recht dazu, aber ich bitte dich, verrate mich nicht. Ich will kein Versuchskaninchen sein. Sam schloss kurz die Augen und lächelte dann. Warum sollte ich das tun? Ich bin Trekkie mit Leib und Seele und du bist jetzt mein Odo. Ein Formwandler, ganz für mich allein, mein persönliches Star Trek. Du bist mein wahrgewordener Traum. Es macht dir nichts aus? Sam sah ihm direkt in die Augen und tippte ihm auf die Brust. Es ist nicht wichtig, wer oder was du bist. Es ist wichtig, wie du da drin bist.